Meine Damen und Herren, herzlich Willkommen hier am Mirafonestand bei den Bläsertagen in Waldorf 2017. Mein Name ist Dirk Hirte und ich freue mich wahnsinnig hier zu sein, jetzt heute am Sonntagmorgen. Wir haben bereits ein Tuba-Workshop hinter uns. Alle Leute waren infiziert und begeistert. Stimmung ist gut und ganz kurz möchten wir Ihnen noch die Produkte etwas näher bringen. Hier haben wir die neue F-Tuba Elektra. Daneben die 5 Viertel-Tuba Haken 4,96 und daneben die 4 Viertel-B-Tuba Haken 4,95. Mitgebracht für Sie und Sie können gerne bei uns zum Probieren kommen. Wir freuen uns über jegliche Teilnehmer und Menschen, die uns besuchen. fünf-Tuba Haken. Ach, wenn Sie so machen wollen, können Sie mighty sein. Wenn Sie uns zum Beispiel live, sind Sie in dieser Zeit, ja? 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 Vielen Dank.